Hallöchen zusammen herzlich willkommen zu einer Folge VARO mit dem lieben MDFXT a.k.a. Zerceros. Hallo. Hallo. Wir spielen heute mal das neueste Minigame. Das nennt sich wie gesagt VARO. Ihr solltet mindestens das richtige Projekt kennen, aber das hier ist jetzt ein bisschen ein anderes Spiel. Ja, also es ist eigentlich das gleiche einfach. Es geht nicht so lange. Oh mein Gott, es schneit Schnee. Es schneit. Okay. Nicht mehr. Okay. Es geht in 30 Sekunden los. Am besten gehst du rückwärts nach hinten. Sobald du nach vorne gegangen bist, gehst du rückwärts nach hinten. Soll ich die Kiste da holen? Ja genau. Geh einfach hier rein und ich geh ein bisschen weiter nach hinten. Okay? Okay, ist gut. Ja. Mal wieder 3, 2, 1. Go. Oh Mann, schon wieder nur ein Brot. Schon in der letzten Runde. Okay, ich hab ein Brot und einen Apfel. Ich spring runter, ich spring runter. Ich geh, ich geh, wo soll ich, ich geh zu dem Wald da. Ja, ich seh dich. Ich geh auf die Insel. Ich seh dich. Oh nee, das sind andere Leute. Okay, komm, komm, komm. Gehen wir einfach zur nächsten Insel da. Schweine, Schweine, Schweine. Schwimmen wir einfach weg. Okay, Schweine. Zwei Schweine. Ich geh auf Schweine. Ach, das geht zu lang. Nee. Okay. Da hinten ist noch ein Wald. Komm, komm, komm. Gut, ist da oben. Okay, ist da oben. Okay, komm, 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 komm. Okay, Alter, wie mich das nervös macht, das Zeugen. Also, es ist eigentlich das gleiche wie Varu, außer erstens, es geht nicht so lange. Zweitens, es sind nicht alles YouTuber. Und drittens, wir sind dabei. So. Das ist das Beste daran. Ja, das ist das Beste daran. So, ich würde einfach einen Baum, das reicht eigentlich schon mal für das erste oder zwei. Ja, ich bin dran, aber da mache ich zwei. Ich habe trotzdem Sound Надо, sondern ich bin das Huhn, das qui эти sehen. Oh, hier wurden... Nach minimo. Stirb, 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 so ist gut. Ja. Das Müll, dass mehr das Gewinner auf keine Austenłuktion Acker macht. Dann hab ich einfach... Liebig als Sieu... Ich bin ja netz. Wo bist du? Seh ich nicht. Ich bin am Fluss da. bin ich. Ich gehe zum Frühstück, okay. Ist gut. Oh, ich spring die ganze Zeit. Okay, ich sehe dich. Hallo. Dann würde ich sagen, gehen wir runter. Oh, shit, warte. Runter. Runter? Nee, ich würde zuerst äh, ja, ich gehe mir ein bisschen weiter rein in den Wald. Okay. Dann sind wir nicht so schnell. Okay, ich glaube, hier ist es perfekt. So, kann man einfach etwa, ja, du siehst mir hier. Wo ist es? Genau da. Hallo. Okay, hallo. So, hier eine Workbench, ich habe schon eine gemacht. Gut, danke. So, ähm, dann wir haben übrigens vorhin schon eine Runde aufgenommen und da ist uns etwas... Die war genial. Gleichstens etwas, ein bisschen Peinliches passiert, warte. Einfach damit ich... Mir ist etwas, was ich jetzt, was ich jetzt zur Sicherheit mache, ich einfach mal zwei Blöcke Abstand. Und zwar, wir sind beide in ein Loch gefallen, beziehungsweise ich habe ein Loch gebraben. Gebraten? Gebra... Gebra... Ge... Graben. So. Und... Ich war mir kurz die Waffenschaft. Ja, okay. Der Skier ist mir einfach nachgesprungen und wir waren in ein, ähm, eins mal eins großen... Eins mal eins großes Loch und konnten nicht weiter nach unten oder nach oben graben oder nichts setzen und dann waren wir einfach die ganze Zeit da und... Wir haben jetzt einfach ein kleines Problem. Ich habe keine Fackeln oder sowas. Ja, ja, ich weiß. Wir müssen einfach ein bisschen Steine holen und dann, ähm, würde ich sagen, wir krampen uns wieder, also bauen uns wieder nach oben und holen, also versuchen einfach mal Berge. Das ist eigentlich... Sollten wir hier finden auf einer Map, die Extreme Hulls heißt. Ja, stimmt. Obwohl, haben sie die genommen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe einfach mal dafür gevoten. Ich glaube, wir haben... Wir haben drei gevoten gehabt gegen eins. Okay. Du bist ziemlich genau unter mir. Okay. Ähm, soll ich wieder ein bisschen hoch? Ich habe eine Workbench... Ach, nein... Ne, wir wollen ja... Sowieso hoch. Äh, das Problem ist einfach, ich habe jetzt hauptsächlich Steine. Ja, komm, wieder nach oben, langsam. Ich... ich... Ich töte mal kurz den Schwein hier. Ich höre mir nach den Parsch. Das Schwein... Dies... ...Schwein... Warum das Schwein? Egal. Äh... Ja... Okay... Das Schwein ist tot. So. Okay. Äh, kommst du wieder nach oben? Ich sehe nicht, wo oben ist. Ach, da oben bist du. Wo oben müsstest du vielleicht nach oben schauen und da ist etwa oben so. Wäre das sinnvoll. Okay. Ich weiß wo. Ähm... Ja, naja, da... Komm ein bisschen her. Ich darf nicht runterfallen. Haha. Das wäre jetzt so weh für Schwein, oder tot. Ja, du bist runtergefahren. Haha. Okay, ähm... Wo bist du? Hallo? Ich bin hier. Okay. Äh, lass noch mal die Workbench hin am besten. Ja. So. Ähm... Soll ich ein Schwert machen, oder? Ne, ne... Ah, ich kann mal das. Ne Pickaxe und ein Schwert. Ja. Super. So, und... Genau richtig kalkuliert. Und am besten noch... Mach ich einfach mal ne Ärzte. Kann ich... Kann ich... Ich hab eigentlich einen Stein mehr. Also egal. Was haben... Was heißt denn nur gegraben überhaupt? Ja, ich hab hauptsächlich Steine weggegraben und bin dann hochgegangen und hatte nur Stein. Nein. Achso. Okay, ähm... Soll ich essen? Ich kann nicht mal sprinten einfach. Äh... Ja, ja. Ich... Ich komm einfach nach etwa. Oder soll ich mal schauen, ob ich hier noch was ein bisschen... töten kann? Hier ein Huhn. Hier nochmal ein Huhn. Ja, ja. Töt einfach mal ein bisschen. Ich hoffe einfach, dass keine Menschen kommen. Würde ich nicht so feiern. Okay. Okay... 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 Okay, ich hab aber glaub ich getötet. Eine Kuh! Töte die Kuh! Hier ist eine Höhle, das wäre gut. Okay, zeig... Wo... Hier? Bist du hier rein? Nee, bist du nicht. Okay, das ist keine große Höhle. Okay. Aber hier habe ich eine Höhle gefunden. Okay. Komm mal zu mir. Ich bin in der Nähe von einem Pilz. Ich seh dich gerade. Super, hallo. Übrigens, wenn du noch mehr Pilze findest, beziehungsweise die anderen Pilze, also von einer anderen Arzt, dann könnten wir uns eine Pilztruppe machen und das wäre ziemlich gut. Ja, ich weiß. Aber ich finde gerade keine Pilze. Okay, jetzt nimmt's mir auch ganz sicher nicht auf, also egal. Ähm, dann hast du ja nur die Folge. Äh, hier hat's noch eine Höhle. Okay. Wo bist du? Ja, also... Aber auch noch kurz einen Pilz ab. Ich hole mir kurz die Schafe, ich weiß nicht was es bringt, aber egal. Bist du das da eigentlich? Das ist Lava! Lava? Das ist gut. Ja, aber ich habe keinen Neimer. Ja, ich weiß. Ja. Du merkst hier die Stelle. Aber ich muss fressen. Ah. Hm. Der Heck ist gestorben. Okay. Dann soll der nicht hacken, dann stirbt er nicht. Ähm, da hinten ist noch eine Kuh. Oh mein Gott, was ist das? Ich schmeiß mal die Kuh rein. Hier ist bestimmt gut, komm mal. Hier ist auch noch Schlucht. Oh Gott, da ist Feuer. Feuer? Was ist das? Ah, das ist die Grenze. Wird die kleiner? Denn hier oben ist es ein bisschen kleiner, aber ich glaube das sollte passen, wenn wir schnell sind, dann sollte das eigentlich passen. Ich kann mir schon bald ein bisschen Rüstung machen. Okay. Ich habe sechs Leder. Leder. Leder? mir gefallen. Okay. Ich würde mich eigentlich sogar zuerst ein Schwert und dann einen Eimer machen, bevor du aus Eisen irgendwie Rüstung machst. Habe ich ja sowieso gedacht. Und was denn sonst? Rüstung? Oh, das ist cool. Sehr schön. Ne, ich meine, aus Leder kann ich eine Rüstung machen. Ja, ist gut. Mach am besten irgendwie Schuhe oder Helm. Noch nicht das Beste. Also ich habe sechs, wenn du willst. Ach ne, reicht nicht für zwei Schuhe. Ähm, ich muss genau hier irgendwo ein Pferd oder ein Kuh finden. Denke ich aber nicht, dass ich das gleich so schnell finde. Äh, wo bist du hin? Ich bin hier unten in der Höhle. Ja toll. Okay, komm mal. Ich bin da. Ach ja, hallo. Hallo. Ähm, ganz kurz die Workbench hinsetzen, dann kann ich klein wenig Rüstung machen. Warte mal. Was soll ich? Schuhe oder Helm oder? Mach Schuhe. Mach Schuhe. Okay. Obwohl, ne, ich habe sechs, dann reicht das gerade für einen Helm, ne? Ich glaube, ein Helm ist sechs. Mach einfach. Mach irgendwas. Ja komm, ich mach einfach mal einen Helm. Ist wirklich egal. Ja, Helm ist besser. Sieht besser aus. Äh, ne, ich glaube, hast du Kohle oder soll ich kurz ein bisschen Bäume spachten gehen? Ich habe ein bisschen, aber das reicht, glaube ich, noch nicht so wirklich für etwas. Ja, eben. Mit Baum kannst du ja auch. Ich habe fünf Kohle jetzt. Wir können ja ein bisschen Holzkohle machen. Oh, hallo Schlaf. Ich hoffe einfach nicht, ich denke die ganze Zeit, ihr bekommt jetzt und tötet mich. Ja, das ist eine gute Einstellung. Ja. Ja. Fast. Naja, aber ist auch ein bisschen nervig, dann haben wir immer Angst. Keine Ahnung. Okay. Alter. Ich dachte gleich, okay. Ja, da ich einen Skin bei dir nicht habe, ne? Ja, genau. Er hat, ja, keine Ahnung, irgendwie hat er einen Fehler gerade bei mir. Okay. Okay. Auch gut. Naja. Ähm. Spannend. Holz verbauen ist immer die spannendste Sache, mein Kraft. Hast du eigentlich, wo ist der Ofen eigentlich, den ich hingesetzt habe? Äh, der ist noch dahinten. Okay. Ja. Okay. Also, ich stehe gerade daneben. Weißt du was? Ich bin auch noch im zweiten Ofen. Wir bräuchten vielleicht ein bisschen etwas Hühlenmäßiges hier hinten. Das ist was. Bullshit HD? Nicht schlecht. Ich labere. Bullshit HD. Liebe Freunde, schaut euch Bullshit HD an. Ähm. Ja. Ich bin gerade Holzkohle am Herstellen. Ähm. Was können wir denn sonst noch brauchen? Ich bin gerade ein bisschen an Lava. Wegtun. Holzkohle. Ja. Perfekt. Naja. Äh. Du hast schon neun Eisen. Willst du die nehmen, damit du die Level hast, oder? Kann ich die auch nehmen? Kann ich Eisenschwert haben? Level bringt nun sowieso nicht so viel gerade im Moment. Ja, stimmt. Wir haben eh noch keine Psy. So schnell bekommen wir noch keine Entstanden im Table. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal eine Eisenbahn. Ja, die Eisenbahn. Soll ich hier auch ein Schwert machen? Creeper. Okay. Äh. Irgendwas? Achso, ein Schwert. Ja, mach ein Schwert. Beiden. Okay. So. Willst du das? Das bist du nicht super. Sag, 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 sag. Geh, 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 geh. Bis zum nächsten Mal. Tap Flash. Untertitelung des ZDF, 2020